Leute, ich dachte mal, ich gebe euch ein kleines Update zu Matthijs Delicht und den Bayern. Und zwar sieht es danach aus, dass Delicht das nächste dicke Ausrufezeichen der Bayern wird. Wir hatten ja vor kurzem schon von dem vermeintlichen Interesse gesprochen. Der 22-jährige Niederländer selbst bevorzugt laut diverser Medienberichte den FC Bayern und ist angeblich sogar seit seiner Kindheit Fan vom Verein. Und Leute, ich freue mich jetzt schon auf die Story, dass er von Bettwäsche erzählt. Aber naja, laut Oliver Kahn möchte man sich in den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz verbessern. Ein Profil, in welches Delicht durchaus passt. Gerade seine körperlichen Attribute und die Kopfballstärke kann man hier nebenbei auch nochmal hervorheben. Delicht könnte und soll also der nächste neue Abwehrchef der Bayern werden und die Qualität in der Defensive nochmal deutlich anheben. Laut Berichten sollen sich die Verhandlungen sogar schon in einer heißen Phase befinden. Und es ist nicht unrealistisch, dass diese vielleicht schon bald zum Ziel führen. Delicht selbst bevorzugt einen Wechsel nach München sogar so sehr, dass die Gespräche mit anderen Vereinen wie dem FC Chelsea sogar komplett eingefroren sein sollen. Das heißt natürlich nicht, dass schon alles klar ist und nichts mehr schief gehen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich zu dem Bayern wechselt, ist damit nochmal deutlich gestiegen. Im Endeffekt sieht es danach aus, dass sich eigentlich nur noch die Vereine selbst einigen müssen. Aktuell stehen ca. 75 Millionen Euro an Ablöse im Raum, die der FC Bayern derzeit bieten soll. Und ich sag mal so, wenn es stimmt, dass Delicht unbedingt zu den Bayern will, dann wird der Transfer wohl klappen. Denn eine Sache darf man auch nicht vergessen, laut dem verstorbenen Mino Raiola stand man in der Vergangenheit fast vor einem Wechsel zum FC Bayern. Das scheint man jetzt wohl nachholen zu wollen. Mit Gravenberg und Masraí hat man bereits zwei Spieler derselben Berateragentur. Und wie wir alle wissen, aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Wenn die Bayern tatsächlich Delicht holen, dann weiß ich nicht, wer den Bayern in der Bundesliga noch gefährlich werden soll. Lediglich, wenn Lewandowski geht und man keinen guten Ersatz findet, kann ich mir vorstellen, dass es spannend wird. Aber sonst sind die Bayern wie immer an dem Punkt, wo man sagt, sie können sich eigentlich nur selbst schlagen. Respekt an der Stelle, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Dennoch wundert mich auch, dass die Bayern so viel Geld ausgeben können. Denn laut Herbert Heiner hatten die Münchner Umsatzeinbußen von 150 Millionen Euro. Aber vermutlich steckt da schon ein Plan hinter und vielleicht wird ja noch der ein oder andere den Verein verlassen. Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Heute gebe ich mal folgende Frage an euch weiter. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass Bayern nicht Meister wird, wenn Delicht kommt und Lewandowski bleibt? Schreibt mir mal eure Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.